Was ist künstliche Intelligenz, ein Science-Fiction-Albtraum oder der beste Freund des Menschen? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Barbican Center in London in einer neuen Ausstellung. Damit wollen die Kuratoren eine Debatte über künstliche Intelligenz in der Kunst, aber auch über Fake News oder Gesichtserkennung anregen. Ich denke, künstliche Intelligenz kommt mittlerweile überall vor. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir durcheinander kommen. Wir fühlen manchmal sogar Kontrollverlust. Deshalb ist es ein guter Zeitpunkt, innezuhalten und eine Art Umgang damit zu entwickeln. Die Ausstellung zeigt die Geschichte der künstlichen Intelligenz seit dem Mittelalter. Bereits damals hatten Menschen den Wunsch, ihre Intelligenz zu erweitern, wie etwa die Geschichte von Gollem in der jüdischen Mythologie zeigt. Zu sehen ist all das bis zum 26. August im Londoner Barbican Center. Berlin-Piermer Vielen Dank.